Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen beim Fachforum Planungs-Check Nahmobilität. Mein Name ist Tatewik Marti-Rusian und ich bin seit Mitte letzten Jahres im Referat Nahmobilität tätig. Und ja, weil Mitte letzten Jahres noch nicht allzu lang her ist, ist es gut möglich, dass ich dem einen oder anderen noch gar nicht bekannt bin. Und darum freue ich mich umso mehr, dass ich die Möglichkeit habe, Sie heute durch das Fachforum begleiten zu dürfen. Der Fuß- und Radverkehr gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und das heißt auch, dass immer mehr Kommunen vor der Herausforderung stehen, ihre Infrastruktur um- oder ausbauen zu müssen. Die AGNH möchte den Kommunen bei dieser Herausforderung unterstützen und hat daher im Herbst 2020 den kostenfreien Planungs-Check initiiert. Dieser soll vor allem kleineren Kommunen und Landkreisen die Möglichkeit geben, dass jemand Drittes über ihre vorhandene Planung schaut und diese insbesondere hinsichtlich der Belange des Fuß- und Radverkehrs prüft. Ja, beim Planungs-Check haben wir uns fachliche Unterstützung von der Hochschule Darmstadt geholt. Laura Kehrer ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, Prof. Dr. Jürgen Vollmann, Prof. und Dekan des Fachbereichs Bau und Jörnerwesen und sie beide unterstützen uns in diesem Projekt. Und ja, jetzt habe ich kurzfristig erfahren, dass Frau Kehrer leider erkrankt ist und nicht teilnehmen darf, aber Prof. Dr. Jürgen Vollmann ist da und berichtet heute über die Ergebnisse der bisherigen Planungs-Checks, aber auch über die Erfahrungen mit den bisherigen Planungs-Checks. Ja, und bevor ich das Wort an Herr Dr. Vollmann gebe, noch der kurze Hinweis auf den Chat. Diesen finden Sie auf der rechten Seite und dort können Sie sich während des Vortrags gern mit anderen Teilnehmenden austauschen, natürlich auch gerne Fragen an uns stellen und ja, ich werde den Chat oder wir werden den Chat betreuen, beobachten und nachverfolgen und dann im Nachgang des Vortrags noch einige der offenen Fragen diskutieren und nach Möglichkeit beantworten. Und damit darf ich schon das Wort an Sie überreichen. Ja, Dankeschön, Frau Martin-Rosian. Ja, ich sage mich erstmal wirklich auch beim Ministerium, dass wir es machen durften, diesen Planungs-Check Nahmobilität. Ich bin selbst seit vielen, vielen Jahren in der Verkehrssicherheit aktiv. Fast 20 Jahre leite ich auch die Gremien für die Verkehrssicherheit in Deutschland in der Forschungsgesellschaft und uns begegnet leider immer wieder die Problematik vor Ort, dass Planungen immer noch realisiert werden und die Verkehrssicherheitsbelange nicht so berücksichtigt werden, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und wir wissen alle, dass gerade, wenn es dann kleine Kommunen sind, oft auch die fachlichen Hintergründe nicht immer alle so da sind, weil sie einfach gar nicht die Chance haben, sich das Fachpersonal dann auch letztendlich immer dazuzunehmen und da auch die ein oder anderen Probleme natürlich auch aufstellen. Aber das ist nicht nur bei Kommunen so, das ist auch in Büros der Fall. Und das Land hat mit diesem Planungs-Check Nahmobilität tatsächlich eine Unterstützung ins Leben gerufen für die Kommunen, dass dort nochmal nach dem Vier-Augen-Prinzip eine Planung angeschaut werden kann und vor allen Dingen auch das Thema Fuß- und Radverkehr nochmal stärker eine Rolle spielen kann. Ich werde ein bisschen berichten heute, was das eigentlich ist und werde das nochmal zeigen. Ich werde auch nochmal auf den Auswahlprozess eingehen, die Beurteilungsgrundlagen darstellen und welche Erkenntnisse und Defizite wir gewonnen haben, für Sie an Beispielen nochmal erläutern. Und am Ende vielleicht noch ein paar Punkte zur Nachbesprechung mit Städten und Gemeinden, die wir gemacht haben und den Auditbericht. Und an der Stelle schon mal einen ganz, ganz lieben Dank an alle Städte und Gemeinden, die dabei waren. Werden Sie gleich sehen. Das war sehr, sehr angenehm. Es war sehr harmonisch im Austausch, auch wenn wir Probleme ansprechen mussten und vielleicht die eine oder andere Planung auch verändert werden sollte. Das werden wir sehen. Viele haben sofort reagiert und das ist klasse. Und da auch einen ganz, ganz lieben Dank dafür, denn es war eine Zeit, die gar nicht so einfach war. Wir sind im Sommer 2020 gestartet, mitten in der Corona-Zeit und wussten gar nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Denn jeder von uns weiß, so Planung besprechen ist eigentlich immer schön so in Präsenz und vor Ort. Aber das war ja alles nicht möglich. Und deswegen war auch das alles digital am Ende und auch die Nachbesprechung digital. Und im Nachgang müssen wir sagen, das hat sich wirklich echt gelohnt. Durch diese digitale Nachbesprechung war viel, viel mehr möglich, als wir im Vorfeld gedacht hatten. Es konnten mehrere Personen teilnehmen und wir konnten in die Detailtiefe reingehen, dadurch, dass wir auch hochzoomen konnten die Planung, was man sonst mit dem Maßstab 1 zu 500 ja nur schwer kann. Ja, was ist der Planungscheck? Was wollen wir tun? Und eine der ganz, ganz wichtigen Grundlagen sind die Richtlinien für das Sicherheitsaudit von Straßen. Das hat die Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen in Ausgabe in 2019 vorgelegt. Und ich muss dazu sagen, Andreas Bark von der Technischen Hochschule Mittelhessen und wir in Darmstadt, wir haben gemeinsam hier genau dieses Bestandsaudit entwickelt, dieses Bestandsaudit entwickelt und wirklich über zehn Jahre entwickelt. Und wir haben viele, viele Jahre gebraucht, um auch dort Verständnis dafür zu bekommen, dass man doch noch mal schauen sollte vor Ort, ist es wirklich vernünftig so, wie es ist oder müssen wir uns verändern? Wir wollen wirklich die Unfälle vermeiden. Wir wollen die Unfallfolgen vermeiden und wir wollen auch eine Qualitätssicherung haben. Qualitätssicherung heißt, dass auch man weiß, was wirkt gut und was wirkt weniger gut und es sollen wirklich alle Verkehrsteilnehmergruppen davon profitieren. Und das Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit ist ja nun gerade augenblicklich auch von der Europäischen Union, von Deutschland, aber auch von Hessen noch mal ganz neu aufgelegt worden für bis 2030. Wir wollen weiter runterkommen mit den getöteten Zahlen, mit den schwer verletzten Zahlen und dazu brauchen wir einen anderen Blick auch, vor allem in der Nahen Mobilität, um Fuß- und Radverkehr auch hier besser zu schützen. Und dieses Sicherheitsaudit geht in der Neu- und Ausbau von Straßen und wie auch am Anfang ich schon sagte, ein bisschen in Richtung Bestandsaudit, da werde ich gleich auch noch was zu erläutern. Und was haben wir gemacht da draußen? Also wir haben die Planung von den Kommunen bekommen, von den Landkreisen und wir haben vor allem die Planungen angefragt, wo stark der Rad- und Fußverkehr im Fokus stehen, weil wir wollten das ganz explizit herausnehmen und wir hatten uns ganz bewusst vorgenommen, die kleinen Kommunen anzusprechen. Wir sind überall draußen gewesen, haben Ortsbegehungen gemacht und das haben wir nicht alleine gemacht. Die Laura Kehrer, die heute leider wirklich nicht dabei sein kann, hat es mit Studierenden gemacht. Wir haben ein richtiges Team draußen gehabt, die sich draußen zu Fuß mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Auto bewegt haben und auch bei den Haltestellen tatsächlich im Bus gewesen sind und sich angeschaut haben, wie funktioniert das. Und deswegen, es ist kein Sicherheitsaudit eigentlich gewesen im Bestand, aber dadurch, dass wir die Planungen genommen haben, die uns vorgelegt worden sind und wir draußen waren, hat sich das tatsächlich auch so ein bisschen vermischt. Und was man auf jeden Fall sagen kann bei diesem Planungscheck, und das ist an alle Gerichte, die heute hier zuhören, es bringt Ihnen Kosten und Zeitersparnis, wenn Sie drüber gucken. Sie müssen möglicherweise Dinge nicht doppelt machen. Sie werden nicht so viel Stress mit der Bürgerschaft bekommen, weil im Nachhinein manche Dinge vielleicht nicht so gut sind, Trampelfahrt nicht aufgenommen worden sind. Und diese fachliche Beratung, die Sie bekommen, wenn Sie so etwas angehen, hilft Ihnen auch tatsächlich so ein Vier-Augen-Prinzip einzuhalten und auch manches vielleicht auch nur mal kritisch zu hinterlegen. Es wird dann sicher die eigene Qualität der Planung gesteigert. Und vor allem dann, wenn es Planungen sind, die schon viele Jahre alt sind, manchmal auch Jahrzehnte, die jetzt realisiert werden sollen. Und wir wissen alle, die Ziele und Werte vor 20 Jahren oder 10 Jahren, die waren andere, als wir sie heute haben. Und deswegen auch da an der Stelle nochmal über Planung zu schauen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so Beispiele, wo Sie einfach nur mal überlegen können, was ist denn bei Ihnen so in den Kommunen vorhanden? Das sind natürlich die ganzen Bau- und Erhaltungsmaßnahmen, wie die Deckensanierung. Da kann man ja anders markieren am Ende, was man tut. Da braucht man auch Pläne für. Man braucht Radverkehrskonzepte. Und da hat das Land wirklich prima Qualitätsstandards aufgelegt und Mindestanforderungen. Aber die sind auch erst seit 2020, 2021. Das heißt, Pläne, die vorher erstellt worden sind, müssten eigentlich daraufhin überprüft werden. Die Barrierefreiheit, denken Sie an die Busreitestellen, die bis eigentlich Ende dieses Jahres alle barrierefrei sein sollten. Die Ampeln, die Sichtfelder und vielleicht auch unten gucken Sie den alten Mann mit dem Rollstuhl im Fußverkehr an, die Barrierefreiheit. Ein Projekt mit Studierenden, wo wir tatsächlich für ein Seniorenheim draußen waren und die Wege abgegangen sind und geschaut haben, was ist denn das Problem, weswegen alte Menschen nicht mehr aus dem Altenheim hinaus wollen. Also auch Dinge, die man erkennen kann. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Dinge. Und bitte denken Sie daran, es sind nicht nur Ihre eigenen Planen, die Sie in der Kommune selber erstellen. Sie geben nach Außenplanung. Sie geben beispielsweise an Investoren mit Erschließungsverträge Planung. Sie haben Gesellschaften wie jetzt hier beispielsweise HLG oder DSK, die Pläne für Sie machen. Bitte schauen Sie drüber und auch drüber, wenn es Ingenieurbüros sind. Denn auch da ist nicht immer klar, ob das Wissen schon im aktuellsten Bereich ist. Ja, den Auswahlprozess, den wir gemacht haben, Sie sehen das an den Punkten. Es gab 25 Bewerbungen aus den 23 Kommunen. Am Ende haben wir 15 Checks zugesagt, die wir machen konnten. Das Problem war, die Planungen hatten eine sehr unterschiedliche Tiefe. Also mit einer Verbindung oder einem Wanderweg konnten wir jetzt nicht so viel anfangen. Das war nicht so das Ziel. Deswegen haben wir diese Kommunen leider Gottes und das sind die roten Punkte nicht für den Planungscheck geeignet gefunden. Aber was wir erkannt haben, ist, dass wir an der Stelle auch an den Beispielen sehen, wir müssen auch Kommunen, gerade kleine Kommunen mitnehmen, schon ganz am Anfang. Und vielleicht gibt es da auch nochmal eine Möglichkeit aufzulegen und Ihnen die Hilfe zu geben, eine Verbindung dann auch so zu planen, dass wir am Ende auch einen Planungscheck machen können. Die grünen Punkte, das sind die Kommunen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Vielleicht drängt das ein bisschen am Ende damit zusammen, dass Sie uns als Hochschule Darmstadt auch so ein bisschen kennen. Das sind die, die die Zusage von uns bekommen haben, für die wir dann ganz, ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben. Und das sehen Sie hier. Es sind die Kommunen und es sind Planungen, die älteste übrigens aus dem Jahr 2008. Habe ich auch erst gestaunt, wie die Planung kam. Aber daran sehen Sie einfach, dass diese Planung dringend überarbeitet werden muss auf einen neuen Zielhorizont. Andere Planungen lagen alle zwischen 2018 und 2020. Aber auch hier haben wir festgestellt, viele Planungen sind schon ganz, ganz früh auch in dem Gedanken, in der Gedankenwelt der Städte und Kommune gewesen. Die sind jetzt realisiert worden. Das heißt, auch in diesem Zeitraum hatten die neuen Kriterien, Mindestanforderungen des Landes noch nicht so gegriffen. Also es war noch nicht klar. Deswegen, es musste eigentlich an die Stellen an dem Punkt nochmal angepackt werden. Ja, die Pläne, die wir geprüft haben, ganz unterschiedlich vom Radverkehr, vom Fußverkehr, vom Omnibusbahnhof, von der grundhaften Sanierung, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Das waren immer Dinge, die die Städte selber, die Kommunen selber dann angepackt haben. Und die Beurteilung war dann genau, dass diese Richtlinie für das Sicherheitsrat an Straßen und welche Fragen haben wir uns gestellt? Die zentralen Fragen, die sichere Benutzung der Verkehrsanlage für alle relevanten Verkehrsteilnehmergruppen. Und deswegen sind wir die Pläne und wir sind vor Ort uns die Dinge anschauen gewesen aus verschiedener Brille, mit verschiedener Brille, als Fußverkehr, als Radverkehr, als Kfz-Nutzer genauso wie als ÖPNV-Nutzer. Und dann haben wir uns draußen angeschaut, weil der Plan ja auch im Prinzip in der Regel immer im Bestand war, wird denn die Verkehrsanlage, die da ist, überhaupt regelkonform genutzt? Und Sie kennen das selber, Sie haben die Trampelfade vor Ort, Sie haben Querungen, die genommen werden von den Menschen, die bei Ihnen wohnen, die aber gar nicht so als Querung vielleicht erstmal geeignet sind, aber die Menschen haben sich die Planung genommen, die Querung genommen und das ist das, was wir mit regelkonform genutzt auch verstehen. Weswegen ist es so? Und dann wissen wir natürlich aus der Fachwelt, es hat sich einiges verändert, die Qualitätsstandards hat ich angesprochen oder die Minikreisverkehre, dann immer die Frage stellen, gibt es vielleicht sogar bessere Dinge, die für die Verkehrssicherheit wichtig sind? Und das haben wir mit dem Auditorium-Team geprüft und mit den neuesten Regelwerken denn abgegriffen. Und die Broschüren, da weise ich nur darauf hin, bitte greifen Sie auf nahmobilhessen.de zu. Die ganzen Downloads stehen da und es ist prima zusammengestellt. Nutzen Sie das. Und für uns selber war in der Überraschung schon, dass es immer noch nicht ganz so bekannt war, dass es da so viel gibt. Wir müssen es weiter verbreiten, also weiter kommunizieren, verteilen Sie es, sagen Sie es Ihren, die mit Ihnen planen, dass es diese Dinge gibt und dort auch wirklich viel, viel Futter ist. Aber nicht nur das ist eigentlich vorhanden. Diese neuen Regelwerke sind da, aber wir haben ein Bestandsregelwerk, was genauso wichtig ist. Und als Beispiel hier, das muss ich Ihnen nicht komplett erklären, aber Sie sehen einfach diese Sichtfelder des untergeordneten Verkehrs auf den übergeordneten Verkehr, auf den Radverkehr. Diese Sichtfelder sind seit 2006 im Regelwerk drin. Und wenn Sie draußen vor Ort schauen, sehen Sie sich an ganz, ganz vielen Stellen, dass diese Sichtfelder gar nicht eingehalten sind, weil Parken im Weg ist, weil vielleicht eine Litfaßräule da steht oder ein Baum da steht. Es sind Dinge, die Sie eigentlich nach dem Regelwerk machen sollten. Und das andere, was natürlich heftig diskutiert wird momentan, ist die Veränderung der Straßenverkehrsordnung 2020 zu den Breiten, die gehalten werden müssen beim Vorbeifahren einem Radfahrer, Rinnen und Radfahrer. Ich sehe gerade im grünen Block ist der Radfahrer verschwunden, der ist zu schnell gewesen. Aber im roten Block erkennt man das, was draußen eigentlich immer passiert. Da haben wir eine sieben Meter breite Fahrbahn, wie bei ganz, ganz vielen Kommunen. Ja, und dann ist dann der Radfahrerin, Radfahrer am Rand und dann beholt oder begegnet sich LKW und TKW. Und Sie sehen, das sind natürlich Abstände, die überhaupt nicht mehr gehen, wo wir tatsächlich auch ein anderes Selbstverständnis brauchen, wo wir planen müssen besser, dass diese Freiräume da sind, wo wir aber auch die Menschen mitnehmen müssen, dass dort die Abstände eingehalten werden. Ja, welche sind grundsätzliche Erkenntnisse und Planungsdefizite, die wir getroffen haben? Vielleicht erst mal so ein bisschen grundsätzlich. Und das ist ganz typisch eigentlich für Pläne. Oft blieb der Fokus auf einer Verkehrsteilnehmergruppe. Also wenn der Radverkehr im Fokus stand, dann war das für den Radverkehr gut, aber es war nicht immer für den Fußverkehr auch gut oder für den Kfz-Verkehr. Genauso die Flächenaufteilung. Die Straßenraumaufteilung war immer noch im Blickwinkel des Kfz-Verkehrs. Das heißt, dass man das Park mal weggenommen hat, das wollte man eigentlich gar nicht. Man hat sich nicht dran getraut. Man hat eher in Mindestmaßen gearbeitet. Und das sind natürlich Dinge, die für die Verkehrssicherheit nicht günstig sind. Und es war klar, dass die Qualitätsstandards nicht immer eingehalten werden konnten, weil einfach die Planungen schon einige Jahre dann auch nach hinten liegen. Was uns aber dann auch ein bisschen gestört hat, war, dass immer mal wieder nicht so ganz klar war, wird denn eigentlich denn die Planung über diesen eigentlichen Abschnitt hinaus fortgesetzt? Das war nicht klar, da mussten wir oft nachfassen und nachfragen und auch für uns selber wieder überlegen, wie geht es denn weiter? Und Markierungslösungen muss man teilweise wirklich auch durch bauliche Veränderungen ergänzen. Das ist das, was auf jeden Fall rauskam. Und deswegen ist es klar, wenn man so diese grundsätzlichen Themen hat, haben wir diese Defizite auch. Und die häufigsten Defizite sind tatsächlich die Sichtfelder. Die Freihalten der Sichtfelder, das ist eigentlich das, was wir machen sollten. Und dass die Breiten von Geh- und Radwegen an Mindestmaßen orientiert sind. Und ein Mindestmaß ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Gehweg hat von einem Meter 50 und dann auf einmal noch ein Laternenmast da steht oder noch ein Kasten von Telekom da steht. Und dann sollen dann der Rollstuhlfahrer vorbeikommen. Das sind Dinge, die manchmal schwierig sind. Deswegen, man muss schauen, dass man in die Regelmaße kommt und die Verkehrsanlagen anders ansteckt. Ja, Förderung des Radverkehrs zugunst zulasten des Fußverkehrs. Das sind auch Dinge, die man nicht machen sollte. Also Radverkehr auf den Gehweg legen, das ist eigentlich nicht sinnvoll bei den Mängeln, die wir eigentlich wollen für den Radverkehr. Die Barrierefreiheit war ein großes Thema und die Qualitätsstand des Landes war, wie gesagt, nicht dargestellt. Sehr große Schrecken hat man, glaube ich, vor Lichtsignalsteuern, habe ich so den Eindruck. Die Lichtsignalanlagen, die Ampeln, wie man es auf Deutsch sagt, die waren oft nicht so einbezogen. Man hat das gerne ausgeblendet. Vielleicht war das zu kompliziert, aber genau das ist ein Problem. Ja, weil dort haben wir am Ende die Wartezeiten. Wir haben dann auch Wege, die vielleicht anders gegangen werden. Also insofern dann auch den Weg so gehen und vielleicht die Defizite abstellen. Das war unser Ziel. So ein paar Beispiele, die ich Ihnen auf jeden Fall noch mitgeben möchte. Also das Thema Fokus auf einer Verkehrsteilnehmergruppe. Links die Planung. Also wir haben jetzt keine Städte genannt. Das ist einfach nur Beispiele, wie es sein soll. Links die Planung. Ganz klar ist eine Fahrradstraße. Ganz klar im Fokus ist diese Fahrradstraße. Auch gut gemacht. Autofrei, der Motorrad frei. Also die Menschen können reinfahren, die dort wohnen. Aber Sie sehen auch die Gehwege. Die Gehwege von einem Meter und einem Meter zwanzig. Und die Fahrbahnbreite sieben Meter. Da ist natürlich schon die Frage, und da muss man dann auch für die Zukunft sich überlegen, was mache ich denn eigentlich mit der Straße? Ist es richtig, diese Straße mit einem Meter breiten Gehwegen zu machen? Oder muss ich diese Straße im Querschnitt wirklich mal anders denken und vielleicht auch das Parken an der Stelle wegnehmen? Das sind Hinweise, die wir gegeben haben, die in die Diskussionen eingeflossen sind, auch für die Städte. Und das hat, glaube ich, allen ganz gut gefallen, dass wir das Ihnen mal so ein bisschen in Zukunft mitgegeben haben. Das Beispiel rechts, das sehen Sie ein Beispiel mal nicht aus Hessen. Man kann auch an andere Bundesländer gucken. Das ist aus Berlin. Der Leitfaden für die Umsetzung von Fahrradstraßen. Man sieht so schön, die haben an den Fußverkehr gedacht. Sie sehen die Querung für die Fußgängerinnen und Fußgänger da drin, die da oben rüberlaufen. Die Sichtfelder, die freigehalten sind, dadurch, dass die Abstellmöglichkeiten gemacht sind, dass Poller da stehen. Also auch solche Dinge hören auch dazu. Und das muss man in so einen Plan, denke ich, auch dann schön mit integrieren. Ja, und hier so ein Beispiel auch für einen Knotenpunkt, wo die Gemeindestadt tatsächlich es wirklich gut vorhat. Sie möchte gerne Radfahrstreifen, Schutzstreifen auf der Hauptverkehrsstraße einrichten. Sie sehen das an diesem roten Schutzstreifen, der da über diese Einmündung rübergeführt ist. Sie sehen aber auch dann mit der Brille der Verkehrssicherheit diese Einmündung, die keine Ampel hat. Die Ampel ist nur unten für den Fußverkehr da. Und die Menschen, die dort mit dem Auto kommen, die stehen da nebeneinander und die sehen gar nicht von den anderen. Die behindern sich in der Zufahrt zu dem Knotenpunkt. Links einbiegen und rechts einbiegen nebeneinander ist immer eine schwierige Situation. Der Weg für den Fußverkehr ist unheimlich lang. Und Sie sehen da dran, es ist überhaupt keine Barrierefreiheit da. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn ihr das doch angeht und das überlegt, wofür überlegt ihr nicht tatsächlich auch diesen Knotenpunkt beispielsweise in eine komplette Signalisierung zu tun und sagen, wir machen das dann so wie an dem rechten Bild als Beispiel. Wir machen dort die Barrierefreiheit rein, wir führen den Radverkehr, wir integrieren das in die Signalsteuerung und machen das dann sicher für alle. Deswegen immer wieder alle. Fuß, Radverkehr und den Kfz-Verkehr, der hier vielleicht gar nicht so angesprochen ist. Ein anderes Beispiel, das ist auch gut gemeint gewesen, das Parken. Man hat den breiten Gehweg da vorne. Sie sehen es an den roten Kreisen. Aber da haben wir auch gesagt, wofür stellt ihr das Parken nach hinten, den Fußweg nach vorne. Das Problem ist jedes Mal, wenn ein Auto nach rückwärts aussetzt, wird es erstmal auf den Fußweg gehen. Und wenn dann vielleicht auch noch Kinder dort Fahrrad fahren, dann wird es schwierig. Und wenn die Autos groß sind, hat man auch nicht den Blick darauf, was hinten passiert. Macht es doch vielleicht so. Deswegen haben wir auch Bilder gezeigt, wie hier in Darmstadt in der Grafenstraße. Den Fußweg nach hinten hinter die Autos und die Autos vorne orientiert etwas mehr an der Straße. Vielleicht gelingt es dann auch noch, einen kleinen Bereich zu kennzeichnen, dass die Autos ein bisschen nach vorne ziehen können. Das kann man so schemenhaft an dem Beispiel in Darmstadt erkennen, wo Sie an der Einmüllung unten diese kleine Schraffur erkennen. Und was dann aber auch wieder wichtig ist, und das ist das, wo wir auch gesagt haben, wie ist denn eigentlich der Bestand angeschlossen? Da steht jetzt Anschluss an Bestand an einer Hauptstraße. Und diese Frage muss man natürlich stellen. Wie geht denn eigentlich die Fußgängerin, der Fußgänger am Ende weiter, wenn er diese Hauptstraße nutzt? Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Um auch eine Aussage zu treffen, wie sicher ist denn eigentlich jetzt diese Einmüllung dargestellt? Das Beispiel mit den Schutzstreifen, ein Konflikt mit dem Parken. Und das haben wir natürlich oft gehabt, weil es ist ganz klar, in unseren Werten, in unseren Zielen ist das Parken immer noch ganz, ganz weit vorne. Das ist der Gesellschaft natürlich so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Jeder ist mit dem Auto aufgewachsen. Wir kommen momentan in so eine Veränderung rein. Ja, und was machen wir mit dem Parken an so einer Stelle? Und Sie sehen unten die Planung, die wir dann gesagt haben, ist eigentlich unglücklich, wie ihr das gemacht habt. Wieso ist der Schutzstreifen dort 1,35 breit? Auf der gegenüberliegenden Seite, wo kein Parken ist, ist er sogar 1,50 breit. Also es wäre ja schon mal geschickt, die 1,50 dort zum Parken zu bringen. Weil dieser Sicherheitstrennstreifen von 50 Zentimetern, also dadurch, dass da kein Radfahrerinnen, Radfahrer in so eine Tür vom Auto reinfährt, die dort aufgeht, das ist auch alles knapp. Das ist schon nicht schlecht, wenn ihr dort das breiter macht. Oder ihr sagt am Ende, ihr verzichtet dort aus Parken. Auch das muss man sich überlegen. Und wir waren dann auch draußen, haben ein Parkhaus in der Nähe uns mal angeschaut, haben gesagt, ihr habt doch eigentlich sogar ein Parkhaus, was gar nicht weit ist. Da ist ja theoretisch sogar noch Luft drin. Könnte man nicht überlegen, ob man diese Parkplätze wegnimmt und dafür den Rad- und Fußverkehr dann an der Stelle sicherer macht. Also ein Beispiel, wie man es auch machen kann, sieht man hier unten nochmal aus Frankfurt. Die Gießener Straße, die Bilder vom Joachim Hochstein, die wir dort hatten, der bei uns mal vorgetragen hat. Also Beispiel, etwas breitere Schutzstreifen, dadurch auch ein bisschen höheres Sicherheitsgefühl für die Radfahrenden. Ja, das Thema Sichtfelder hatte ich eben angesprochen. Thema Sichtfelder, hier eine Planung, die da liegt. Man sieht diesen Baum, der ist gut gemeint. Man möchte natürlich eine Verkehrsanlage begrünen, die neu gebaut wird. Aber auch das Problem immer, bitte nicht diese Bäume dann tatsächlich in die Sichtfelder stellen. Wenn der rechtsabbiegende Fahrer von der Straße hier unten dann rechts rum will und den Radfahrer so spät sieht, ist das äußerst ungeschickt. Das sollte man nicht tun. So die Beispiele, die hier sind, die Sie rechts sehen, die Knotenpunkte, ist nicht schön durch Poller freigehalten. Es ist natürlich städtebaulich ätzend, aber manchmal geht es nicht anders. Aber Sie sehen es anders, die Alternative oben. Vielleicht, wenn es denn gar nicht anders geht, das ist nicht das Fall für diese kleine Straße, mal eine Signalanlage bringen. Die kann auf dunkel sein, die kann dann angehen, wenn Radverkehr kommt. Oder aber auch die ausreichenden Sichtbeziehungen an den großen Discountern machen, denn da ist ganz, ganz viel Wechsel. Und da haben wir Radverkehr heute, wir haben die Lastenräder, alles das, was kommt. Und da müssen Sie Sichtbeziehungen sehr, sehr gut gestalten. Und das ist unten im Bild, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, ein Thema für uns, und das ist ganz, ganz schwierig auch zu greifen, das war die Barrierefreiheit. Ich sage jetzt hier oben, Barrierefreiheit nicht vollständig durchdacht. Das ist das Problem am Ende. In welchem Planungstiefe sind wir? Das Problem ist, wenn wir einmal die Barrierefreiheit aufnehmen, muss sie auch konsequent zu Ende gedacht werden. Und Sie sehen hier hinten auf der westlichen Seite die Bushaltestelle. Dann kommt ein Parken mit Bäumen eingefasst, dann kommt eine Querung. Es sind alles Probleme, die da sind. Es fehlt die Sicht. Es fehlt die klare Zuordnung zu dem Barrierefreiheit. Wie laufen Menschen darüber, die sehbehindert sind? Als Beispiel, das habe ich Ihnen auch am Beispiel mitgebracht. Ein ganz, ganz neuer Artikel aus der Straßenverkehrstechnik aus diesem Jahr, die die Überarbeitung der DIN-Norme nochmal äußerst geschickt darstellt. Sehr, sehr schön mit dem Auffindelstreifen, mit dem Richtungsfeld für die Sehbehinderten oder dem herabgelassenen Bordstein für die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Also, es gibt diese Beispiele und die wollten wir einfach mit den Kommunen auch diskutieren. Ja, und zuletzt natürlich diese Knotenpunkte, die leider Gottes oft da liegen. Oft da liegen in einer Stadt, gerade in den kleinen Städten, Kommunen. Früher war es Außerorts, heute ist es Innerorts. Sie sehen einen Knotenpunkt. Eigentlich ist das ein Knotenpunkt, wie er Außerorts liegt. Aber er liegt in der Stadt. Und diese vielen Inseln, die Fahrbahnteile, alles das, was wir dort sehen, das ist natürlich hinderlich für Fuß- und Radverkehr. Es gibt ganz, ganz viele Wartezeiten. Ja, die Inseln sind oft nicht breit genug. Da stehen die Schülerinnen und Schüler drauf im Schulverkehr. Man hat Wartezeiten, die oft viel zu lange sind. Ja, dieser Knotenpunkt beispielsweise hat eine Umlaufzeit von 100 Sekunden. Dann kann man sich vorstellen, wie lange man dann teilweise als Fußgänger oder Fußgänger wartet, bis man rüberkommt. Das sind Dinge, die Sie unbedingt mitnehmen müssen. Wenn Sie einen Radweg nur bis dorthin planen, dann bitte auch die komplette Lichtsignalsteuerung nehmen. Und auch die Frage stellen, brauche ich diese Dreiecksinseln noch? Also wir können zumindest aus der Planung sagen, wir haben an ganz, ganz vielen Stellen unheimlich viel Erfolg gehabt, dass wir die Dreiecksinseln weggenommen haben und stattdessen vielleicht einen kleinen Rechtsabwegstreifen gemacht haben. Besser als diese Dreiecksinseln mit diesen vielen Furten und Inseln, die dann gequert werden müssen. Das rechte Bild, auch ein Beispiel für eine Radverkehrsanlage, die schon lange geplant war. Sie sehen den Radweg von Norden nach Osten, zwei Richtungsradweg oben, aber der Schulweg geht unten nach Westen. Also wie kommt denn der Radfahrende? Wie kommen die Schülerinnen und Schüler von diesem Radweg runter, fahren durch den Minikreisel, der grundsätzlich klasse ist. Aber ich muss diese Radverkehrsanlage anwenden, so dass die nicht am Ende das Fahrrad nehmen müssen und über die Zebrastreifen schieben müssen. Das sind Dinge, die wir nicht machen sollten, die wir dann in so einer Planung, in so einem kleinen Planungscheck auch sehr schnell erkennen. Ja, Sie merken dran, das waren nur ganz wenige Beispiele. Wir haben so viele Beispiele gehabt, ich könnte Sie, glaube ich, den ganzen Nachmittag hier unterhalten. Das geht natürlich nicht. Ich freue mich auch noch auf Diskussionen. Ich will Ihnen aber auch noch ein bisschen zeigen, wie das mit den Nachbesprechungen war, was wir mit den Kommunen gemacht hatten. Und so einer der Punkte, die wir auch am Anfang für uns selbst erstmal verstehen mussten, dieses Netz. Und das war auch der Punkt an die Kommunen, an die Frage, sagt uns bitte mal, wie eure Planung eigentlich im Netz liegt. Deswegen diese Netzgedanken, sich für den Fußverkehr wie für den Radverkehr überlegen, was ist eigentlich mein Netz, wo will ich hin, wo liegt die Planung da und was bringt mir die Planung an der Stelle. Wir haben die Sichtfelder erläutert und wir haben natürlich auch die Qualitätsstandards von Hessen Ihnen erläutert. Und dann sehen Sie, wie das war. Dann haben wir auf einer Videoplattform, haben wir da gestanden, wir haben jetzt die Kommune geschwärzt. Unsere Bilder haben wir gelassen. Wir haben dann da gesessen und wir haben dann diese Dinge hochgesoomt. Wir haben Ihnen das erklärt. Und ich muss sagen, das waren Termine, die war ursprünglich immer eine Stunde angesetzt. Wir haben fast immer zwei Stunden gebraucht. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war so ein angenehmes Miteinander. Und es war so viel Verständnis aufeinander da. Und ich kann dazu sagen, einiges wird tatsächlich umgesetzt, verändert. Ich glaube sogar die Mehrzahl, was wir gesagt haben. Und es gibt einiges, wo ich jetzt im Nachhinein auch nochmal in den Bau- und Verkehrsausschuss muss und das erläutern muss. Auch das ist nochmal spannend. Und das machen wir gerne mit, um auch ein bisschen zu helfen, dass was sich verändert. Ja, diese Nachbesprechung, positives Feedback grundsätzlich. Also deswegen haben alle Kommunen mitgemacht. Und jetzt ist es so, wir sind im Augenblick, glaube ich, noch vier Kommunen, fehlt es noch, drei oder vier Kommunen, die sind im Augenblick an der Hochschule noch dran, die letzten Berichte zu machen. Die haben einen Schlussbericht von uns bekommen, die Kommunen, über das, was wir getan haben. So, dass sie auch was haben für sich, dann auch vielleicht darzustellen in ihrer Verwaltung. Sie sehen diese Ausgangslage, Ziele, wie wir es gemacht haben, was ich Ihnen so ein bisschen erzählt habe jetzt. Wir haben die Planungsunterlagen zusammengestellt und einen kleinen Bericht gemacht. Es soll nicht viel sein, es soll ein Einstieg sein. Und ich muss sagen, das war eine tolle Sache. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das Land das weiter fördert und weiter angeht. Wir haben so viel erkannt und so viel auf dem kleinen Dienstblick auch verändern können. Denn das sind alles Sachen, die wir gefunden haben, die man nicht in der Planfeststellung im Bebauungsplan ändern muss, sondern die kann man auf dem kleinen Dienstweg vor Ort ändern. Und wir haben Verständnis gefunden und das hat mir unheimlich viel geholfen. Ich habe auch viel Verständnis gefunden für die Kommunen, das sage ich auch wiederum. Also auch da ihre Nöte, ihre Sorgen mitgenommen. Auch die Problematik, was ist für Personal vorhanden, wo ich als Hochschule auch nicht helfen kann. Weil die jungen Leute, die bei uns studieren, wir haben immerhin 1500 Bauingenieurstudierende bei uns. Und die sind alle schon ab dem vierten, fünften Semester in der Stelle. Das muss man sagen, die sind noch gar nicht abgeschlossen, haben schon eine Stelle. Und dann ist es ganz schwer, an Personal zu kommen. Das ist unser Job an der Hochschule, wo wir einfach mehr tun müssen. Aber das dauert und deswegen ist vielleicht genau dieser Planungscheck eine schöne Hilfe. Lieben Dank fürs Zuhören. Und ich bin natürlich jetzt auch noch für die Fragen da und hoffe, dass ein bisschen was in den Chat kommt. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Vollmann, für den Vortrag. Ja, wir haben tatsächlich gar nicht so viele Fragen im Chat. Ich möchte aber erst mal ergänzen, dass das Projekt auch für uns als Land ein sehr erkenntnisreiches Projekt war, um zu sehen, wo es bei den Kommunen bezüglich der Planung von Geh- und Radwegen hart und dass wir insgesamt einen sehr guten Eindruck davon bekommen konnten, wie sagt man so schön, wo der Schuh drückt, sozusagen. Genau, deswegen kam auch eine Frage im Chat von einer Teilnehmerin. Und ich kann vorwegnehmen, dass wir auch beabsichtigen, das Angebot weiterzuführen und einen neuen Aufruf für die Kommunen zu starten. Ich kann noch kein genaues Datum mitteilen, aber wir werden Sie in jedem Fall über den Newsletter der AGNH darüber informieren, sobald das Angebot dann auch startet. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Von Frau Groß kam sie. Und jetzt haben wir tatsächlich noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Deswegen vielleicht vorab die Frage von mir, weil wir gar nicht so viele Fragen im Chat haben. Gibt es denn etwas, was, ja, vielleicht so die überraschendste Erkenntnis des Planungschecks? Können Sie da irgendwas hervorheben? Sie hatten im Vortrag schon über grundsätzliche Ergebnisse berichtet, aber gibt es irgendwas, was sich hervorheben lässt? Also, was ich wirklich hervorheben muss, ist die Bereitschaft von den Kommunen, tatsächlich darüber nachzudenken und das anzunehmen, was wir gemacht haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist für jeden von uns ja ein Thema. Wenn man gesagt hat, du hast einen Fehler da gemacht, das ist nicht gut, dann sagt ihr, ist das so. Und das war wirklich klasse. Also, wir haben einen sehr, sehr angenehmen Austausch gehabt. Und das ist das, was mich auch so ein bisschen berührt hat, wo ich sage, das ist, Menschenskinder, wir haben eine riesen Chance, wenn wir das tun. Wir müssen die nur mitnehmen. Und was ich wirklich verstanden habe auch, gerade bei den kleinen Kommunen, die haben keine Chance, sich das Fachpersonal einzukaufen. Die sind darauf angewiesen, dass sie einen Dienstleister haben, den das macht und haben auch wirklich richtig große Schwierigkeiten in der Kommune, das nochmal zu qualifizieren. Ist das richtig, was sie da tun? Und deswegen wäre so ein Planungscheck auch vom Land und sagt, okay, wir würden das gerne wollen, auch vielleicht für die Förderung. Also, wenn wir als Land fördern und wir wollen, dass das wird, dann bitte gib mal so einen Planungscheck mit. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Und das ist das, was ich so gelernt habe. Die Städte sind bereit dafür und auch die Kommunen. Und wir müssen sie eigentlich so ein bisschen anschubsen und ihnen die Hilfestellung geben. Dass da Fehler drin sind, ist ganz normal. Das habe ich selber auch gemacht in der Planung. Meine Planung, die ich in den 90er-Jahren gemacht habe, muss man sagen, das gibt es auch noch. Die sind heute immer teilweise auch noch nicht realisiert. Aber ich habe jetzt schon mal gesehen, da war eine Stadt, die hat eine Schublade rausgenommen. Und die habe ich durch Zufall mitgekriegt. Und dann habe ich gesagt, bitte guckt auch da nochmal drüber. Denkt bitte mal an die Barrierefreiheit. Die haben wir in den 90er-Jahren da noch nicht so reingemacht, wie wir es heute müssten. Bitte tut den nicht realisieren, den Plan. Und guckt nochmal drüber. Und das sind so Dinge, diese Bereitschaften. Und das ist das, was ich erkannt habe. Und das fand ich total klasse. Auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, die waren ja auch dabei. Die fanden das auch gut. Und die haben mich gezogen. War wirklich gut. Ja. Das heißt, es gehört Mut dazu, da beim Planungstext mitzumachen. Sie haben es eben erwähnt. Könnte man denn, wie könnte man die Kommunen denn weiter ermutigen? Was könnte man denn für Worte mitgeben, dass das dann auch wirklich genutzt wird? Sie haben es schon gesagt, den Mut haben, das anzugehen. Den Mut haben, das anzugehen, zu sagen, okay, ich weiß, dass das sein könnte, dass das nicht in Ordnung ist, den Mut haben, es anzugehen. Und auch der Politik sagen, die manchmal ja auch Angst haben, wenn der jetzt kommt von der Hochschule und der mir sagt, ich kann da nicht mehr parken, dann ist das blöd. Dann kriegt man den Stress mit dem Verein. Ich leine die Kommune, jetzt ist das auf einmal so. Also diesen Mut einfach zu haben, dass wir das angehen. Und das, glaube ich, können wir haben. Und das haben Sie schön gesagt, diesen Mut. Und wenn wir das haben, dann kommt es automatisch bei den Kommunen so wie im Schneeballsystem. Also es verteilt sich. Und es gibt dann auf einmal andere, die man anfragt. Man unterhält sich untereinander, so wie zum Beispiel in der AGNH. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Oder wenn ich einen Regionalverband nehme, runtertisch Radverkehr. Das sind alle so Dinge, wo man sich untereinander unterhält, wo man sich austauscht und man sagt, hört mal nach. Und das ist, glaube ich, wenn das Land das stützt, ist das gut. Also es bringt uns extrem weiter in unserer Umwelt. Und würden Sie sagen, dass jede Kommune prinzipiell oder grundsätzlich einen Planungsteck durchführen sollte, um den Fuß- und Radverkehr besser zu berücksichtigen? Also könnte man das so sagen? Also nach der Erkenntnis, die wir genommen haben, müsste eigentlich jede Planung nach dem Vier-Augen-Prinzip angegangen werden. Und es ist einfach so, wir haben aus der Vergangenheit für das Auto gedacht. Da nehme ich mich wirklich nicht aus. Wir müssen mehr die Gruppe der Fuß-zu-Fuß-Gehten-und-der-Rad-Fahren. Die müssen wir aufnehmen und den Planen so durchgehen. Und am besten mal selber fahren und selber gehen. Dass es dann so denkt, man lernt man schon und sieht schon, was los ist. Und da müssen wir halt ran. Und dieses Verständnis müssen wir haben. Es dauert nicht länger, das kann ich Ihnen sagen. Sondern Sie müssen nur rechtzeitig daran denken, dass Sie es machen. Okay, ja, guter Einwand. Das dauert nicht länger. Können Sie das nochmal aufhören? Also das Planungsaudit verzögert sozusagen nicht wirklich den Planungsablauf. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn man weiß, wie lange Abstimmungsprozesse in Kommunen oft laufen. Wir haben ja auch Planungsrechte von all diesen ganzen Dingen. Und wenn wir sehen, was wir jetzt an Mängeln so hatten, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht unbedingt planungsrechtlich anzugehen, sondern das können wir tatsächlich im Bestand hinkriegen, dann weiß ich, dass wir über so einen Weg das ganz locker hinkriegen. Wenn wir von Anfang an für unseren Verständnis bekommen, übrigens, das ist auch dann für Hessen Mobil, also wir haben ja jetzt nur die Kommunen gehabt, das ist bei Hessen Mobil genauso gleich. Wenn wir das Verständnis bekommen zu sagen, okay, lasst uns hinschauen, lasst uns alle nehmen, und dann können wir ganz am Anfang schon gucken, wie planen wir. Und dann verzögert sich das nicht. Wenn wir natürlich jetzt reinspringen in eine Planung, dann kann es schon sein, dass es mal so ein kleiner Stopp reingeht. Aber auch dann muss man sagen, aus den Erkenntnissen, die wir haben, und die Sie wahrscheinlich auch als Ministerium haben, wenn Sie draußen heute was falsch machen, was nicht gut ist, die Gesellschaft fordert Sie am Ende, die fragt Sie als Verantwortliche, wieso habt ihr das denn so gemacht? Wieso habt ihr das Steuergeld ausgegeben für eine Sache, die eigentlich nicht so glücklich ist? Und deswegen ist, glaube ich, dann auch am Ende, das, wenn wir es rechtzeitig machen, auch wenn wir mal ein kurzes Stopp machen, immer noch besser, als wenn wir am Ende sagen müssen, die Ehrenrunden gehen und irgendwie versuchen müssen, dass wir es noch hinkriegen. Und das ist dann auf jeden Fall dann auch wieder günstiger. Ja. Ja, vielen Dank schon mal. Ich schaue gerade kurz in den Chat, ob es noch irgendwelche Fragen gab. Karin Weber hatte eine Randmerkung. Ich glaube, sie wurde schon beantwortet im Chat. Ich hoffe, falls nicht, melden Sie sich zu Wort, Frau Weber, und wir würden dann noch mal auf die Frage eingehen oder auf Ihre Bemerkung. Und ansonsten schreibt jemand, gibt es eine Übersicht, welche Kommunen einen Planungscheck Nahmobilität absolviert haben und dafür bereits angemeldet sind, ähnlich wie die interaktive Landkarte beim Stadtradeln? Viele Grüße aus dem Landkreis Kassel, fragt Herr Arendt. Ja, ich habe gerade die Karte gezeigt, ja, in der zweiten, dritten Folie, aber die haben wir noch nicht im Internet, ja, das ist klar. Aber sie haben ja die roten Punkte auch gesehen. Das waren viele Kommunen, wo man sagen muss, hier, da müsst ihr ja vielleicht auch noch mal nachhelfen, nacharbeiten und sagen, was ist denn der Plan, was wollen wir angehen? Also diesen Dialog werden wir auch führen beim nächsten Mal wieder. Und das haben wir im letzten Jahr geführt. Letzten Jahr Corona-bedingt ein bisschen schwieriger, als es jetzt vielleicht wieder geht. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Und ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Runde dann auch tatsächlich durch die digitalen Instrumente auch sehr gut nach Nordhessen kommen. Und da auch miteinander in die Diskussion kommen, Mittelhessen, Osthessen. Das Rhein-Main-Gebiet war jetzt im Vordergrund, ist halt so gewesen jetzt, aber ich hoffe, dass wir das anders hinkriegen, weil da haben wir auch ganz, ganz viele kleine Kommunen. Und da kommt noch so ein Punkt dazu, da haben wir nämlich den Freizeitverkehr noch, der nochmal einen ganz anderen Wert hat, wo wir auch drüber nachdenken müssen, wie geht das denn eigentlich, ja? Und was verändert sich und was müssen wir machen, wenn wir den Freizeitverkehr auch noch am Wochenende beispielsweise dort vernünftig unterbringen müssen. Ja. Sind Sie denn zufrieden mit der Anzahl an Kommunen, die teilgenommen hat? Ja, ich meine, natürlich bin ich zufrieden, würde ich sagen, nein, ist aber gut. Also wir haben ja selbst auch ein bisschen, ich sage ganz offen, wir haben ja selbst auch ein bisschen geschoben. Also ich kenne sehr viele Kommunen, bin ja schon so viele Jahre auch unterwegs, da drin muss ich wirklich sagen. Und ein paar haben wir wirklich auch gebeten, macht mal mit, ja? Und ich weiß, dass bei euch eine Planung ist. Ich kenne ja die Planungen, die laufen. Manche Studierenden haben es auch gesagt, hier, nimm mal unsere Kommunen her. Es ist da schon einiges an Bedarf da. Und ich glaube, dass wir dort eine ganze Menge auch noch anpacken können. Also würde ich sagen, das funktioniert. Ja, sehr schön. Herr Mischnik, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, wie kommt eine Kommune statt an, Online-Tools für Bürgerbefragungen? Ja, Online-Tools. Also wir haben es mit den ganz normalen Videoplattformen gemacht, die wir heute aus der Hochschule in der Lehre haben. Also ich will jetzt keine Werbung für irgendein System machen, ja? Also einer der Systeme, die sicherlich im Land ganz groß auch gefördert wird, ist das Big Blue Button System. Also das, wo wir unsere eigenen Server haben, wo die Universitäten ja lachen. Aber es gibt, also gerade jetzt von den Instrumentarien, gerade für Bürgerversammlungen noch, gute Marktsysteme, sage ich ganz offen, gute Marktsysteme, wo wir als Hochschule unbedingt auf angewiesen sind, muss ich wirklich sagen, ja? Und diese Marktsysteme nutzen wir auch. Da gibt es wirklich gute. Ermöge mich bitte anmelden. Ich möchte jetzt nicht hier öffentlich sagen, welches System ich persönlich schätze, ja? Aber ich kann Ihnen da einen Hinweis drauf geben, ja? Okay. Gab es in den Kommunen vor Ort, ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Fragen, gab es in den Kommunen vor Ort Veränderungen, Beteiligungsformate? Ich glaube, ich habe es falsch vorgelegt. Veränderungen in Beteiligungsformaten? Jeder einzelne Parkplatz kann vor Ort zum Politikum werden, sagt Frau Kroos. Ja, genau so ist es. Jeder Parkplatz wird zum Politikum. Das weiß ich selber auch. Es ist aber, also wir haben tatsächlich andere Formen gefunden. Also ein Beispiel aus Neu-Isenburg. Neu-Isenburg hat einen Parkplatz weggenommen und hat stattdessen so ein schönes Autosymbol gemacht. Und hinten dran waren fünf Radabstellanlagen und da waren zehn Fahrräder, die gestanden haben. Und das war ein Versuch. Und das war genau vor einer Metzgerei oder Bäckerei, wo man auch erst denkt, ein Riesengeschrei, den Parkplatz vor der Haustür weg und den brauchen wir für die Kundinnen und Kunden. Aber auf einmal waren ja zehn Fahrräder da, wo vorher nur ein Auto stand, ja? Also man muss ein bisschen motivieren. Und ich glaube, genau diese Beteiligung tatsächlich, die Menschen auch mitzunehmen, das ist nicht so, dass wir einfach so einfach planen sollten. Wir müssen die mitnehmen. und das ist ein Punkt, wo sie raus müssen und wo ich wirklich nur werben kann, auch dafür die jungen Leute, die in ihren Städten sind, mitzunehmen, die jungen Generationen mitzunehmen. Und ich kann zumindest für diese Region Frankfurt-Rhein-Main sagen, auch den Verdichtungsraum, die ticken anders, als wir ticken. Also die sehen es anders, die sehen das Thema Nachhaltigkeit, die sehen das Thema, wie bewege ich mich zu Fuß und dem Fahrrad, ganz anders, als wir es gesehen haben. Und da muss man die jungen Leute mal mitnehmen und auch mit denen diskutieren und da kann man eine schöne Diskussion führen. Also in Neu-Isenburg ist das wirklich toll. Also die Stadt Neu-Isenburg macht sehr, sehr viel. Ist sicherlich ein ganz interessanter Punkt, wo man auch dann nochmal Erkenntnisse sammeln kann. Sehr schön. Gibt es Hinweise auf die Finanzierungsmöglichkeiten für die Infrastruktur, Land oder Bund? Ich weiß gerade nicht genau, an wen die Frage gerichtet ist. Ich glaube, an mich. Ich kann Ihnen ein bisschen helfen, weil ich bin ja im Lenkungskreis der AGN Harderin. Es gibt wirklich viele finanzielle Möglichkeiten. Das Land hat so viel Geld wie nie bereitgestellt, für diesen Bereich der Nahmobilität zu stärken und dort Veränderungen in Gang zu bringen. Weil wir wissen, für unsere Zukunft müssen wir was verändern. Und ich bin dem Land da wirklich sehr dankbar, dass da ganz, ganz viel läuft. Und es ist, glaube ich, viel, viel mehr Geld da momentan, als überhaupt ausgegeben werden kann, weil wir einfach keine Planungskapazitäten haben. Also das Land und der Bund hat auch eine ganze Menge aufgelegt. Also was momentan auch dem Bundesverkehrsministerium kommt, man hat Scheuer manchmal ganz anders in der Diskussion, aber da hat er wirklich viel für den Radverkehr getan. Und da läuft auch wirklich viel, viele gute Dinge. Und auch da ist eine ganze Menge Geld da, wo man auch daneben könnte. Und deswegen rangehen. Sie kriegen auch Konzepte mitgefördert. Dafür ist die AGNH da. Und wir werden sicherlich über Hessen Mobil, über die Förderstellen, dann auch Möglichkeiten finden, Infrastrukturen zu fördern. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben immer noch eine Viertelstunde hervor. Alles gut. Ansprechpartnerin ist Frau Kehrer, die heute nicht teilnehmen konnte. Genau, die Laura Kehrer. Genau, sie hat jetzt, ihr seht ja hier jetzt aus dem Kontakt, die Laura Kehrer ist dabei. Also der tut es richtig leid, dass wir heute nicht hier stehen können. Das weiß ich. Und ich hätte es unheimlich gerne gehabt, weil die hat das auch gelebt. Laura Kehrer ist dann auch jemand, die das auch als Person lebt und zu Fuß geht und Fahrrad fährt und das sich auch anschaut und da auch eine sehr, sehr angenehme Art was rüberbringt. Anmählen, durchaus anmählen. Ich kann nicht überall sein. So als Dekan habe ich so viele andere Aufgaben auch noch. Aber bitte die Laura anmählen. Und wir haben ganz, ganz viele Studierende, die mithelfen. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Für mich persönlich habe ich gemerkt, dass wenn Studierende mit den Menschen vor Ort sprechen, eine ganz andere Diskussionskultur entsteht, wenn so die fertigen Fachplaner miteinander sprechen. Weil die Studierenden, ja, das ist... Ich wollte gerade fragen, was denken Sie, woran das liegt? Ich glaube, Studierenden nimmt man das auch eher ab, wenn sie mal ganz provokativ was anderes denken. Das sind junge Leute, die sagen, okay, die Studenten können das ja mal machen, oder die Studentinnen. Aber dadurch kommt man in die Diskussion rein. Also diese emotionale Diskussion ist eine ganz andere, wenn Studierende dabei sind, als wenn das jetzt nur aus unserer Gruppe kommt. Das ist spannend. Also die jungen Leute mal mitzunehmen. Und was ich gelernt habe, ist, wenn junge Leute draußen sind, kommen junge Leute dazu. Und wenn ich heute unsere Beteiligungsverfahren nehme, haben wir viel zu wenig junge Leute dabei. Es ist meistens sind die Älteren da, die in den Ausschüssen sitzen, die miteinander dann auch sonst reden. Und die junge Generation ist nicht dabei, weil wir sie auch nicht so gezielt ansprechen. Also denken Sie mal an die sozialen Medien, wie die sich mitten, wo die zusammenkommen. Und dadurch, dass junge Leute auf einmal draußen sind, werden einfach Fragen gestellt. Und das haben wir in zwei Städten erlebt, dass tatsächlich in den sozialen Medien dann auf einmal Aktion entstanden ist. Und das ist richtig klasse. Weil dadurch kriegen wir mehr Generationen auch mit. Und eines, das kann ich vielleicht an der Stelle auch sagen, wo wir auch wirklich Luft haben, wir sind im Rhein-Main-Gebiet unheimlich international aufgestellt. Wir haben tolle Kulturen, wir gehen gerne in verschiedenste Nationalitäten essen. Das macht man wirklich gerne. Das macht Spaß. Wir müssen aber lernen, bei dem Wandel, den wir jetzt haben, auch in den Städten, die internationale Bevölkerung mitzunehmen. Also auch da Verständnis zu finden. Und ich kann auch dazu sagen, wir sind mit türkischen oder marokkanischen Studierenden als Beispiel rausgegangen, mit Frauen wie Männern, die tatsächlich auch draußen vor Ort auch für die Sache mitgekämpft haben und beworben haben. Weil es ist nicht immer in den Familien so vorhanden, wie jetzt in den Familien, in den deutschen traditionellen Familien, wo man immer ein Fahrrad hat. Und das ist so ein Punkt, wo wir wirklich ran müssen und wo wir die Menschen mitnehmen müssen. Und das liegt mir unheimlich am Herzen, dass wir das hinkriegen. Weil das habe ich nämlich auch gemerkt in unseren Diskussionen. Überhaupt grundsätzlich, wenn wir draußen sind, da sind viel zu wenig Menschen, die dann teilhaben an diesen Veränderungsprozessen. Und die wollen es auch. Wir müssen es nur sprachlich manchmal auch rüberbringen. Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin selbst keine gewöntige Deutsche. Man sieht es. Und ich denke, dass häufig das Fahrrad ja vielleicht nicht als, wie soll ich sagen, Transportmittel gesehen wird, sondern eher so als Freizeitaktivität. Also so kann ich es zumindest von meiner Familie oder von meinem Kulturkreis sagen. Und dass da, ich kenne es von anderen anders, dass es halt schon sehr früh einfach als Transport von A nach B betrachtet wurde. Und dann geht man natürlich ganz anders damit um und an die Sache. Ja, also das ist wichtig am Punkt, dass wir als Gesellschaft da wirklich uns öffnen müssen. Und dann kommt hinzu, und das ist das, was wir jetzt auch noch den Kommunen mit auf den Weg gehen haben, zum Beispiel im Plancheck, da, wo ihr Radwege baut, braucht ihr auch eine Abstandanlage. Wenn keine Abstandanlage da ist, dann weiß man nicht, wo man ein teures Fahrrad hinstellen soll. Und die Fahrräder kosten heute alle mal ganz schnell 1.500, 2.000 Euro, wenn es die günstigsten Varianten sind. Und dann ist es schon schwer, wenn ich kein Fahrrad abstellen kann, dann sagt man, ja, ich kann es nicht hinstellen, wo soll, fahre ich nicht. Also auch diese Dinge. Und das andere, was mir auch wirklich wichtig ist, wenn wir an unsere Gesellschaft denken, die momentan älter wird, deutlich älter wird im Schnitt, und ja auch nur die Generation, die jetzt gerade am älter werden, deutlich wird. Aber wenn wir an barrierefreie Wege denken, wenn wir daran denken, wie wir Senioreneinrichtungen in den Kommunen liegen haben und welche Wege Senioren gehen müssten und sehen, dass die Gehwegen dann, wie das war ein Beispiel, dann auf einmal nur einen Meter breit sind, dann ist das schon auch ein Punkt, wo wir gerade im Planungscheck nochmal helfen können. Und auch da wirklich mal die Sicht derer zu nehmen, die eingeschränkt sind in ihren Bewegungsmöglichkeiten und das auch mal daraus zu gucken. Und das hilft uns allen, für uns als Gesellschaft, was den Personen mit Handicap hilft, das hilft den Kindern, das hilft eigentlich uns allen. Und das ist so ein Punkt, was wir im Planungscheck wirklich auch nach vorne bringen müssen. Das heißt, für den nächsten Aufruf, für das nächste Mal. Also ich würde mich sehr freuen, das weiterzumachen. Da sage ich, ey, Sie merken gerade, ich bin da schon mit Herzblut dran. Das ist eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt, weil ich weiß, wir haben riesige Chancen, da zu verändern. Es wird so viel draußen gemacht und ich sage, nehmt doch das, was ihr draußen tut, nehmt die Chance, nehmt es und packt es an und macht es doch neu. Ihr müsst es doch nicht so machen, wie es immer schon war. Und wenn wir das als Kultur reinkriegen und deswegen wäre mir am liebsten eigentlich Landwirt das im Förderbereich mit abfragen, dass man sagt, okay, im Förderbereich, Planungscheck, ja, nein, fände ich eine gute Idee und sagt, okay, weil ja, ist das erst leicht und dann kann man schon sagen, man ist auf einem guten Weg. Oder man empfiehlt einen Planungscheck, das kann man auch machen. Ja. Ja, jetzt wollte ich noch was fragen und zwar, ah, genau, diese Karte, die wir vorhin gesehen haben, Sie haben auch vom Rhein-Main-Gebiet gesprochen. Ich war während Ihres Vortrags teilweise mit dem Chat beschäftigt, deswegen, vielleicht haben Sie es erwähnt, dann wiederholen Sie es einfach nochmal. Also man hat viel im Rhein-Main-Gebiet gesehen und relativ, oder weniger im Norden. Gibt es da eine Begründung für oder was denken Sie, woran das liegt? Also, ich sage jetzt mal, plaudert aus dem Eckkästchen, wie es gelaufen ist. Es war am Anfang erstmal gar nicht klar, was ist denn das eigentlich? Planungscheck. Also es ist so viel, es kam in die Corona-Zeit rein. Man konnte es nicht so richtig kommen, mitten ein bisschen. Also deswegen waren erstmal wenig Punkte und die roten Punkte so verteilt. Also das waren alles, die die Kommunen mitgemacht haben. Und dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, das passt nicht so ganz. Also deswegen gesagt, mal so ein Wandernnetz, wäre jetzt nicht das Thema gewesen. Also das ist nicht so gepasst. Und dann waren wir natürlich als Hochschule auf einmal gefragt, haben gesagt, wo haben wir denn noch gute Kontakte? Wo wisst ihr das, was passiert? Und dann habe ich die Studierenden gefragt. Wo wisst ihr denn, was passiert? Und so haben wir dann in die Kommunen gekommen. Und das sind ein bisschen so das Beispiel, wo denn unsere Studierenden herkommen. Und da kamen die Kommunen zusammen. Das war dann, ja, rufen wir mal schnell an. V, X, Y, ja. So ging das dann halt, ja. Und das ist aber genau bei vielen Dingen ja so am Anfang. Ich kenne viele Forschungsprojekte, wo ich ja selbst dran beteiligt bin auch, wo man erstmal die Beispiele suchen muss. Und dann, wenn es mal gesetzt ist, dann finden es alle gut. Und dann kommen die Freiwilliger, und dann verstehen sie das auch. Aber am Anfang wusste keiner so richtig, was das ist. Und deswegen, jetzt haben wir so ein bisschen committed. Heute der Tag fand ich gut. Ich habe mich richtig gefreut, das heute vorstellen durfte zum Nahmobilitätskongress. Ja, aber ich hoffe, dass ein paar dabei sind und sich das anhören und wir dadurch wieder so ein bisschen Verteilung kriegen. Deswegen ist das Rhein-Main-Gebiet halt mehr im Vordergrund. Ja. Wir hatten auch viele Kommunen aus Rheinland-Pfalz und aus Baden-Württemberg gesagt bekommen, aber die natürlich auch daher kommen. Muss man sagen. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben noch knapp über fünf Minuten. Sie können gerne noch, weil wir haben, glaube ich, gar keine Fragen mehr im Chat, die jetzt so gestellt wurden. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie noch Fragen haben, dann jetzt nochmal die letzte Möglichkeit. Ansonsten gibt es etwas, Sie haben sich ja auf den Vortrag etwas vorbereitet, was Sie vielleicht gar nicht erwähnt haben und in diesen letzten fünf bis sechs Minuten doch noch erwähnen möchten. Gut, ich meine, vielleicht gehe ich dann nochmal in die Verkehrssicherheit herein. Wir machen auch seit vielen Jahren die Fort- und Weiterbildung auch für die Polizei. Unfallkommissionen, das kennen die Kommunen auch, wir kennen das Thema Verkehrsschau und diese ganzen Fragen. Und wenn wir unsere Instrumente so sehen, die wir heute haben, wir haben so viele Instrumente, wenn wir sie leben könnten, in Anführungsstrichen, weil wir das Personal hätten, muss man auch wirklich sagen, das Personal müsste da sein, dann wäre es sicherlich leichter, aber wir haben diese Instrumente. Und ich glaube, wir sollten diesen Ansatz, den wir jetzt denken, auch das Thema Planungscheck, wenn wir das verinnerlicht kriegen und wir in den Kommunen so ein gewisses Automatismus reinkriegen, wenn draußen jemand ist und mal sagt, guckt euch doch mal die Stelle an. Das kann die Polizei sagen, hier, das ist doch wirklich bescheuert da draußen. Oder auch die eigene Verwaltung sagt, die Verkehrsbehörde ist draußen und sagt, das ist wirklich nicht gut. Und diese Dinge mal aufnimmt und sagt, wir können das in der Planung vielleicht mehr bearbeiten. Also jetzt gerade diese Themen unter neuen Gesichtspunkten. Wenn wir so eine Kultur reinkriegen, das wäre gut. Und deswegen würde ich auch gerne neben den Bauverwaltungen auch die Verkehrsbehörden und Polizei an der Stelle mitnehmen. Lass uns das gemeinsam mal betrachten. Das sind die traditionellen Verwaltungen, die zusammenarbeiten, wenn es denn zu den Unfällen kommt. Und da tatsächlich auch denen sagen, hier, guckt auch mal drüber. Sag doch einfach mal was. Gebt laut. Ich habe das gelernt bei dem Bestandsaudit, wie wir das Forschungsforum gemacht haben. Wir sind durch ganz Deutschland gegangen. Alle Bundesländer sind mitgefahren mit den Straßenmeistern draußen, mit Studierenden. Ich bin selbst auch mit dem Straßenmeister mitgefahren. Die haben sich erst mal richtig gefreut, dass wir mitgefahren sind. Die haben, ist mal jemand anders dabei? Und dann haben wir die gefragt, sagt uns doch bitte mal, wo die schwierigen Stellen im Straßennetz sind. Die haben uns sofort hingeführt. Die wussten ganz genau, wo Menschen sich falsch verhalten, wo es schwierig ist. Und dann haben wir immer wieder gedacht, wieso sagt denn ihr, wieso wird das nicht gemacht? Und man hat ganz oft gehört, es hat ja nie einen interessiert. Und uns interessiert es jetzt. Wir haben Planeschecks, interessiert es uns jetzt. Wir wollen das wissen, was da draußen ist. Und dieses Wissen einsammeln, was wir haben, das ist noch das, was wir brauchen, dass da so ein Automatismus reingeht. Das ist mir ein Herzensanliegen. Nochmal, dass wir da in den Kulturen auch untereinander, in den Verwaltungen ein bisschen anders werden und auch offen werden für Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Okay, ist dann halt nicht so gut gelaufen. Wir wollen es auch besser machen. Man muss den Fehler nicht zweier machen. Das ist das, was ich mir wünsche. Also für mich selber gilt das genauso. Ja. Ja, vielen Dank für das aus dem Nick den Plaudern. Ja. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich am Ende des Forum. Ja. Oh, Matthias, es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen das zu machen. Auch wenn Sie jetzt ganz neu auch im Ministerium dabei sind. Ich bin jetzt schon fast ein Urgestein, vielleicht nicht im Ministerium, aber an der Hochschule hörst du zum Urgestein. Aber das macht viel Spaß. Ihnen sprüht das ja auch heraus, dass Sie da Interesse haben und das leben wollen. Für mich ist das, Sie haben es gemerkt, bei mir ist es genau das Gleiche. Das ist bei mir auch ein Herzensanliegen. Ich glaube, das sprüht dann rüber und dann macht es Spaß. Machen wir das, ja. Aber genau. Also ich wäre durch mit meinen ganzen Fragen, Ich bin auch durch. Alles gut. Ich hoffe, die Zuschauer sind auch durch. Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen jetzt, was wir machen wollen. Genau. Haben Sie Mut? Vielleicht noch so einen letzten Satz. Ich finde das jetzt mit dem Mut, das war jetzt so mein, ja, das Wort des Forums oder so. Das Mut machen. Das Mut machen, der Mut, man braucht Mut. Das ist ganz klar. Man braucht Mut, um diese Veränderung anzugehen. Man braucht Mut, um das nochmal zu hinterfragen. Man braucht Mut gegenüber sich selber, auch zu sagen, okay, ich bin bereit, mir von einem anderen zu sagen lassen, ob das gut oder schlecht ist. Das ist einfach Mut. Und das muss ich sagen, ist ja einem selber genauso. Wenn man das hat. Und diesen Mut, den muss man haben. Aber wenn wir nicht bereit sind, mal neue Wege zu gehen, dann werden wir als gesellschaftlich weiterkommen. Und vor allen Dingen werden wir nicht das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, das, was wir wollen, für uns alle, eine gute Umwelt, auch für unsere nächsten Generation, das kriegen wir sonst nicht hin. Dass wir Mut haben und bereit sein zum Umdenken. Sehr schön gesagt. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Zuschauer, jetzt habe ich dreimal Zuschauen gesagt. In der nächsten Runde geht es weiter mit dem Fach, Worum Testen ist das neue Vermuten. Es geht dabei nicht um die uns bekannten Corona-Tests. Vielleicht kann ich das vorwegnehmen. Ich freue mich sehr, wenn Sie zuschauen und all diejenigen, die ich nicht mehr sehe, beziehungsweise die mich nicht mehr sehen, ich sehe leider niemanden oder wir sehen leider niemanden, wünsche ich noch einen schönen und informativen Tag. Gut, Dankeschön und Tschüss. Vielen Dank.